Sie ist das schönste Gefühl der Welt und der größte Schmerz, sobald sie unerwidert bleibt oder zerbricht, die Liebe. Auch Michelle ist gerade im Liebesrausch mit ihrem jungen Kollegen Eric Philippi. Doch nicht alle freuen sich über das neue Glück der Schlager-Blondine. Für Diskussionsstoff, schlimmer noch, Hassnachrichten und sogar Morddrohungen gegen das Paar, sorgt bis heute der beachtliche Altersunterschied. Wie sie zur Kritik an ihrer Beziehung steht, stellte Michelle gerade unmissverständlich in der WDR-Talkshow »Kölner Treff« klar. »Mir geht's am A-Sternchen-Sternchen-Sternchen vorbei«, erklärte die gebürtige Schwarzwälderin reißerisch. Denn mit Eric, da ist sich die Dreifachmutter offenbar ganz sicher, hat sie nach einigen glücklosen Anläufen endlich den Mann ihres Lebens gefunden. Bereits beim Kennenlernen wusste sie, dass zwischen ihnen beiden eine besondere Verbindung besteht. »Ich habe ihn umarmt und habe ein Gefühl gehabt, das ich noch nie in meinem Leben hatte.« Beschreibt die Sängerin in der Talkshow ihre erste Begegnung. »Das ist eine Geschichte, die kriegt keiner kaputt«, richtete sie die Worte erneut an ihre Kritiker. Doch wie kann sie sich plötzlich so sicher sein, dass es diesmal für immer ist? Als Zweifachgeschiedene müsste Michelle doch eigentlich gelernt haben, dass es keine Garantie für ewiges Glück gibt. Macht sie die Liebe zum attraktiven jungen Freund vielleicht blind? Denn in der Realität könnte das Paar, das aktuell noch die rosarote Brille trägt, irgendwann durchaus auf Probleme stoßen, was die gemeinsame Zukunft betrifft. Was ist zum Beispiel, sollte sich Eric Philippi irgendwann eigene Kinder wünschen? Die kann ihm Michelle mit Mitte 50 wohl kaum mehr schenken. Spätestens dann wird sich zeigen, ob ihre Liebe so stark wie erhofft ist. Spannend ist auch, was eigentlich Michelles Ex-Partner zu ihrer Aussage, dass sie solch ein Gefühl noch niemals hatte, sagen. Denn diese Worte sind durchaus eine verbale Ohrfeige an die Vorgänger. Ex-Ehemann Joseph Sheetaway wehrte sich bereits im März, nachdem Michelle all ihre vorherigen Beziehungen als Müll bezeichnet hatte. Aber auch Schlagerstar Matthias Reim, mit dem sie bis heute freundschaftlich verbunden ist, dürfte sich nicht gerade geschmeichelt fühlen. Ich bin sehr enggernaut, dass ich mich da 제일 schön高. Ich bin sehr eng. Aber ich bin sehr eng. Ich bin sehr eng.